Das Reifen ist nun des gesamten Aufenthalts an Bord geboten. Für Start und Landung schalten Sie Geräte, Senderoption und gewählten die Verstärkung aus. Die Wähler und Bühne und Funktion haben Sie während des gesamten Aufenthalts an Bord geboten. Laptops und ähnlich schwere Verstände müssen zu Start und Landung in Ihrem Handgeläuf sicher verstaunt werden. Sollte Ihr elektronisches Gerät an den unzudenklichen Teil Ihres Sitzes fallen, bewegen Sie den Sitz nicht, sondern rufen Sie die Crew. Das Verstellen der Sitzposition kann das Gerät zerstören und zum Brandrisiko gehen. Wenn ein elektronisches Gerät beschädigt wurde, heiß wird oder zu raufen beginnt, melden Sie dies umgehend der Crew. Lesen Sie die Hinweise auf der Sicherheitsinstruktion, wie Sie in Ihrem Sitzbereich haben. Dort ist auch eine Schutzhaltung für den Fall einer Notlandung abgebildet. Wir sind schärfbar. Verstaunt Sie Tische, Fußstützen, Fernbedingungen und Monitore. Stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht und öffnen Sie die Sonnenblende. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew folge zu leisten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pass the belt around your waist and fasten the clasp Then pull the belt tight Just before you leave the aircraft, pull the red toggle to inflate the vest If necessary, use the red tube The lamp lights up automatically in contact with water Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft For takeoff and landing, you're required to place any devices with the transmission function in flight mode Or switch them off completely You can use the Wi-Fi and Bluetooth function during the entire stay on board Laptops and other similarly heavy items must be stowed safely in your hand baggage for takeoff and landing If your electronic device falls into any part of your seat that is not accessible Please call a flight attendant instead of adjusting the seat yourself Adjusting the seat position can damage your device and the battery can become a firehouse If an electronic device is damaged, overheats or an instrument, contact a crew member immediately Take some time to read through the information in the safety instructions which you can find at your seat The safety instructions also show the safety position that you should adopt in the event of an emergency landing We will soon be ready for takeoff Ensure that your table, leg rest, remote control and the monitor are stowed and secured correctly Make sure that your backrest is in an upright position and your window shade is open You are required by law to follow all signs, placards, instructions given by the crew Well, the minor things we have at your time are ordered in the room While we do have to follow all signs, please have to disable the GPS Look at the GPS security filters for good information, but search, URLs education, r האA, al saat navigator, device, dyn дов art Oiet, kn takl dinden, boarding college, can sell it ぷmmt, kankjaeri khattai poie Wind crew, prepare for departure. The U-S Arca to the Red Ring The Red Ring The Red Ring The Electron The Red Ring It's big, 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 large One of the red flags Nice Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danach haben Sie die Möglichkeit, zollfreie Ware einzukaufen. Unser Sortiment ist das Sieg-Klein-Shopping-Magazin, welches sich in der Südfasche vor Ihnen befindet. Während des gesamten Fluges halten wir jederzeit Getränke in den Bordküchen für Sie bereit. Und circa zwei Stunden vor der Landung servieren wir dann noch ein Abendessen. Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, so wünschen Sie sich für die Dieterzeit an einen der Flugbegleiter oder an mich. Mein Name ist Karina Gank-Hastitsch. Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Simone Gillich sind wir heute die Partner an Bord. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, at this point I would like to give you some information concerning our flight. Once we've reached our cruising altitude, we will prepare our in-flight service and then serve you beverages, followed by lunch, coffee and tea. After the meal service, you will have the opportunity to purchase two to three articles. Our agent's product is detailed in the implied shopping magazine, which you can find in the seat pocket in front of you. Beverages are available in the galleys at any time during the flight and about two hours before landing in only serving dinner. If you have any further questions, please do not hesitate to ask us. My name is Karina Gank-Hastitsch, and together with my second-passer, Mrs Simone Gillich, we are in charge of today's flight. My colleagues and I wish you not let us stay on board. My colleagues and I wish you are in charge of today's flight, but we are in charge of today's flight. Let's check in my suite hopefully. My congratulate you! My dearaha! I'm AJ! Untertitelung des ZDF, 2020